ok wir brauchen vier stacks pro nethercube, das heißt wir brauchen 80 stacks lol 2 1 2 1 2 1 2 schon mal den lab ist es erstmal drüber aus der kiste und das ist ein mailsystem ich freue mich wo das ganze auch geblieben ist, was wir hatten alles weg merk's zack wir brauchen nochmal von diesem hydro wir brauchen noch mehr 1 2 1 2 1 2 1 2 ein stück kriegt man davon wir ziehen noch da rein vier stück ok was soll ich wissen so ein ländliche laufen hier dann gucken wir wie viel wir rauskriegen hier vielleicht müssen wir noch einen fusion star bauen machen oder was hm was die baue ich jetzt gerade hä die baue ich jetzt gerade ich habe nicht mit dir geredet du Affe hat der Affe zu mir gesagt zack 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 noch mal helium ach dat haben wir ja dann fast schon acht von den Upgrades nur viel spaß hoffentlich wird es nicht teuer ist nicht teuer sagt er so man braucht für ein insgesamt sieben eisen zwei sticks und vier lapis kriegt man zwei mining upgrades raus ja dann geht das ja noch so das ist auch hydro so viel hydro haben wir gar nicht mehr das ist ein factory block das weg, das weg, das weg, das weg, das steckst du da rein das, das ist deine oma, das, 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 das das wasser still water, ja gut, das kennt man ja was war jetzt noch für den netherstar dringend nötig also drei können wir töten, da hätten wir schon sieben müssen wir nur noch 13 herstellen netherbrick, hier netherbrick ne ich hab hier so'n chimichon holen ok wir brauchen 303 und 28 helium naja, what the fuck was da rein, das dann das, das dass wir so viel helium-haar zusammen kriegen das ist natürlich heavy jetzt muss ich noch ein bisschen haar herstellen claim ah nee ach nee wir brauchen das vorher bevor wir ins end gehen aber mit end können wir eigentlich so reingehen ne ja wir haben glaub ich noch irgendwo welche bögen oder so oder auch nicht ja keiner mit da macht man sich schnell einen dafür braucht man ja eh nicht da im nennen im nennen zack zack ähm dafür brauchen wir zwei also aus einem kommt zwei dann wenn ich das machen kann zwei, vier, sechs, acht vier bahn muss ich nochmal zu klein haben boah ich hab erst die hälfte zwei, vier hydro ich glaube das reicht trotzdem nicht weil aus wo das heißt boah ich auch noch ach ach wie krieg ich das denn aus oh mein god äh so ne das mach ich ja das stimmt ja copper 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 ähm bestimmt wieder nicht in der liste drinnen abs ab doch da ist es drauf brauche ich das brauche ich bestimmt auch noch h ach ne zink und leed zink und leed diesen brauchen wir noch ich glaub davon hab ich nicht mehr genug oder ach du scheiße da sind hier noch drin heißt da auch nicht klar dann und leed 82 oder kann man das nicht okay das ist fertig ja das mache ich gleich aber nicht helium aber hier sind noch so viel dich herstellen muss wir sind wie kommen wir denn jetzt wohl noch an nether stars run habe ich jetzt sechs stück haben wir keine wisserköpfe mehr zehn stück nur noch zehn stück nur noch in der mann und in der hell war noch welche drin ich könnte noch herstellen aber dauert ein menschen zwei stück nur noch Badler wusste ich habe ja keiner an dem Block So, oh ne So So, so, so Jetzt habe ich C vergessen, oh nooo Oh nooo Box Kann man es gleichzeitig haben Ich wusste schon, dass du was machst Wollte ich ehrlich gar nicht machen, aber naja Wollte ich zuerst nicht machen Ja, wolltest du zuerst nicht machen Ja, ja, ja Sag ja zuerst Den bringst du mehr als LaVous Und da finden nur noch zwei DAS Ne, ein DAS sogar Okay Okay Scheiße Ich guck grad schon überall rein Aber wir würden nicht zu welcher Neugau was suchen Ja, wir haben Spaß beim Suchen Das ist das Chaos System Ja Überall ist im MW-Systemet Wird da schon einiges besser, ne 3 4, ja Helium 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Okay Ich könnte das viermal machen Nein, hier habe ich kein Platz Und dann nehmen wir noch Äh 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, aber das hätte niemals gereicht Sondern wir gucken wie viele Wizard Köpfe da noch sind Das ist wichtig Warum ist ja eigentlich in der einen schwarzen In den einen schwarzen Safe noch eine 64k Starwatch dann Weil ich die da reingesichert habe Weil eine da hinten ist und eine ich wollte für die Alchimiedinge nutzen Okay Hm 1, 2, 3 Oh ey Könnte kotzen, ne 1, 2, 3 So 1, 2, 3, 4 1 und 1 1, 2, 3 1, 2, 3 So Division Siegel Wollen wir das noch Reicht denn 2 Da haben wir das Sektivit Division Siegel Ne, wie ist das Rezept falsch Gold Wofür? Für den Nether Star Statt 64 Brauch ich nur 16 Vielleicht geht das auch gar nicht Doch, doch, doch Ich habe schon 3, äh 4 hergestellt jetzt Okay So Nummer 4 ist auch da Jetzt haben wir schon 8 So Jetzt gucke ich mal wie viel ich noch herstellen kann Wie viel Helium und H ich habe Davon geht es aus 40 Zorn habe ich noch ein bisschen Helium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 1, 2, 3, 1, 2, 3 1 mit 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 Vielen Dank.